hallo und herzlich willkommen zu ttt mit der navocca hallo mr vanwa hallo vibratrafalga cyberpot elf keine feste oh ja ich kann doch einfach sagen flory unser meisterdetektiv exe hallo und nicht nachdenken hallo nicht nachdenken häcksel nicht nachdenken einfach nicht nachdenken nein 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 ähm lasst mich mal ganz kurz am leben ich habe hier gerade krasse verzögerung ok ich hatte gerade fps von zwei das tut mir leid deswegen ja ich habe hier gerade irgendjemand der hier aufs fass geschossen hatte straighter flory ich war nicht nein ach du scheiße ich glaube ich bin gleich tot ich glaube ich bin gleich tot oder auf also wenn ihr gleich sind wenn ihr so ein kasten sieht der aussieht wie die zeit menschen aus doctor who dann ist das eine traiter test da kann auch die traiter falle hier sein mit dem kran nee nee das war ja ja ich weiß noch wo dann der auge ist ja ja ich weiß noch wo dann der auge ist ich glaube das war sogar ein fass explosive fässer werden nicht in die luft gejagt jetzt wird die lange der die 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 oh nein hey das war ein trugschluss dass die leitern von ja das ist nicht mehr hilfe ich will sehr schlecht hast du irgendwas genommen Fängt an zu singen. Ey, du hast dich fast angezündet. Ich hab die Leiche angezündet. Warte, ich tapp mal kurz raus. Ich muss dich wieder lauter machen, weil du vorhin geschrien hast, hab ich dich auf minus 17. Ähm, ja, wenn ich sterbe, ist es übrigens... So, jetzt hör ich ihn wieder. Nee, nee, nee. Oh, scheiße! Okay, es... Wann war es tot? Also es ist Navo. Jojo, nimm mal kurz die Dingsgun hier. Hä, wann war es tot? Hast du die Gun genommen? Achso, nee, die da. Die da meinst du? Die da, die da irgendwo liegt, die da. Die da, die da, die da, die da, die da. Ja, der hat einen, der hat... Der ist durch irgendwas Exklusives geschoben. Ja, Jojo ist es. Ja, Jojo ist nur gescheiße. Ihr habt den falsch gegeben. Hahaha. Scheiße. Fuck it. Du hast doch nur noch Punkte. Ist ja mega nice. Jojo, um das Pferd zu machen, ich bin hin beim Zaum. Oh, meine Art, ich bin nicht mehr Punkte. Ich weiß es nicht. Ich hab alles ausgegeben. Aber danke für die Punkte, Mann. Jojo, um das Pferd zu machen, ich bin hinter einem Zaun gefangen. Wirklich jetzt? Ja, aber du kannst mich sehen. Also ich hab euch eben auch beobachtet. Sag mal Navo, du kommst da doch wieder raus. Nein, ich komm da nicht wieder raus. Die Leitern sind leider nicht echt. Und rechts, wie wir's eigentlich... So, ich will jetzt her sein, man scharzt sie. Ich glaub ich seh das Blutbad da oben. Kann Weeper dich nicht. Hä? Ah, fuck. Wieso geht die Nighthawk nicht durch, aber ihre Schüsse? Wie ist durchgegangen? Der war genau für drauf. Ja, der sprayt Schuss. Sprayt auf Distanz, Jojo. Das hab ich schon tausendmal gesagt. Ah, ich weiß, woher ich mich abgenommen muss. Bei der Shotgun werden 10 Kugeln auf einmal geschossen, als die Chance höher, dass eine trifft. Entschuldigung, aber werd mich... Logik dahinter. Ich gebe einen Schuss ab. Das heißt, ich spray nicht mal. Ein Schuss sprayt aber immer auf Distanz. Das heißt, wenn du ihn schießt, dann kann es sein, dass der ein bisschen nach links oder rechts abdriftet. Extra sprayt mein. Als ob das Spiel so eine Engine hätte. Das ist die Source Engine. Und die Source Engine benutzt auch CSGO. Und CSGO hat ordentlichen Spray. Ja, danke, einer der noch dagegen ist. Trotzdem ist es die Source Engine. Ich spiel auch CSGO. Trotzdem ist CSGO auf den Arsch. Ja. Ich liebe dich. Nur mit Russen und Tekken zugepuncht wie sonst was. Ich bin genug. Musik in meinen Ohren. Ich hab sogar einen Account, der alle irgendwie Russen abfuckt. Der heißt xxxputinxxx und so ein M&T-Meetingbild. Die flippen doch zwei Autos. Schönen wir bitte wieder beim Spielen bleiben. Danke. Nein. Ich hab klaut ne Mobieexe. Okay. Da ist irgendjemand gestorben. Entweder ich hab die Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau-Klau. Ich wollte nicht in Tester gehen. Warte. Ich spiel noch ohne Tester. Warte ich komm ja. Aber wo ist der Tester? Wir spielen nicht ohne Tester. Wir spielen mit Tester. Echt? Spielen wir denn noch mit B-Tester? Wo ist denn der Tester? Andere Wunder angeregt. Mit B-Tester. Wuuuut. Exo wo ist der Tester? Der ist hier in der Etage. Warte. Was ist das denn? Gibt's nen Tester? Und? Ja das Ding sieht so aus wie der Teleporter aus Dr. Hu. Ja ist das der Tester aber da nicht getestet ich bin. Nö. Scheiße geht's ne Bombe weg hier. Wasaa? Scheiße ich weiß nicht wo aber hier irgendwo. Nein ne Bombe. Okay also wenn die da herkommen dann ist da wohl die Bombe oder? Ich werde von der Wunder wo sterben. Die ist beim Tester. Okay. Der Wunder getestet. Ja was soll ich sein? Warte was hab ich getan? Wenn das Ding in 45 Sekunden nicht explodiert da oben ne dann ist es Sneh weil der das Radio eingesetzt hat. Man kann's auch auf über 15 Sekunden stellen das weißt du schon. Auf 2 Minuten. Das weißt du schon. Exo letztens. Exo. Du wolltest nicht in die Tester gehen. Bevor du jetzt schießt ich war vorher im Test und kam da nicht mehr raus. Darum geh ich nicht noch mal rein. Ich hab nur einen Credit sonst hätt ich mir so ein Entschärfungsding gekauft. Deswegen willst du nicht da gehen und vielleicht besser hören. Genau. Das ist. Das ist. Trotzdem denk ich dass du's bist. Du denkst viel. Das wollt's aber nicht denken hab ich ja schon mal gesagt. Du hast du nicht. Du hast ja explodiert grad den. Exo nicht nachdenken. Genau. Nicht nachdenken. Das ist ein DT-Befehl nicht denken. Das ist ein DT-Befehl nicht denken. Die ist nämlich grad erst explodiert und er sagt wie wir eben schon explodiert. Hm. Was ist der auch? Der ist Aussage. Ich glaub die Bombe ist eben explodiert. Aber hier ist jemand gestorben. Hi Flory. Heißt du also. Lol das Ding hier ist zu. Hier ist jemand gestorben. Ich hab ne Wincher. Du brauchst ne Snipe oder? Ja. Du hast jemand gestorben. D3. Und es heilt? Ist da ne Bombe gestorben? Äh. Achso ja. Das kann ich mal nachgucken. Der Robot geh jetzt in den Tester. Ja Explosion. Geh in den Tester. Geh in den Tester. Ich will nicht in den Tester. Ich will nicht mehr Fester. Nein. Geh du in den Tester. Komm mit. Ja wo ist denn der Tester? Hier. Ach da. Hier ist auch ne Bombe. Und? Der darf nur eine Bombe holen. Äh nein. Weeper könnte wieder leben. Könnt ich mal wieder rauskommen? Mach doch gleich wieder auf. Rory. Ja Weeper lebt. Weeper ist Inno Pugen. Wenn Weeper weiß der jetzt jetzt. Ja der ist. Ich hab den wiederbelebt. Und der ist weg. Der ist einfach weg. Oh er ist weg? Ähm. Die Stimme des Toten sagt. Ich bin mal wieder durch die Gegend geportet worden. Durchs Wiederbeleben. Okay. Ich glaub. Ich hab das Gefühl. Das Wiederbeleben funktioniert nicht. Kann das sein? Keine Ahnung. Vielleicht funktioniert es bei mir nur nicht. Äh. Übrigens Snake ist sehr wahrscheinlich so weiter. Weil er eben. Eben meint die Bombe sehr oben ist. Warum verfolgt ihr mich? Ich will hier nur runter weil Snake oben ist. Und der ist weg. Äh. Ich kann grad nicht schreiben wer es ist. Weil ich weiß wer mich getötet hat. Deswegen sage ich es mal so. Äh. Derjenige. Äh. Hat mich mit einem Fass explodieren lassen. Und spielt gerne mit Radios. Äh. Das ist. Okay es ist klar wer es ist. Ähm. Ich würd sagen der Jens ist zum Abschuss frei. Ich glaube nicht. Ich glaub. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Jens. Jens. Der ist Jens. Wer ist Jens. Wer ist Jens. Wer ist Jens. Ach so schnell ist umgedreht. Jens. er hat aber es ist das denn das ist ja um in der Welt Du warst schon Proof weil sie vorhin in den Testern sind ist ja der Wahnsinn ach ja du hast doch mein Kollege gebt Tim auf und jetzt muss er aber schweigen ich glaube das ist CyberBot glaube ich weil die zusammen gelaufen sind aber CyberBot hat die Tatsache dass er Flori warte mal du kannst mich machen ich hab einen Trader getötet und war testen ich war auch testen ich war inno doch ich hab mich getestet CyberBot kannst bestätigen ja CyberBot hat sich nicht getestet wie weißt du weil ich bin auf jeden Fall inno wobei CyberBot hatte mich auch töten können im Test und er hat die Tiere aufgemacht ich glaube ich fühle die Dinge automatisch auf Flori achso ja aber trotzdem was ich direkt vor mir und das ist die Möglichkeit ich hab zu schieben oh 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 na und dann gehst du diesmal testen wir sind auch nicht festzacken geblieben wann war ja und Rippert hätte die Notfalls raus ne Rippert ist ja noch beiden Gang Rippert ist direkt vor mir jetzt ist X was hat der Schuss zu bedeuten Rippert willst du damit sagen dass du weißt wer es ist ach schade nein der weiß nicht wer es ist schade das Navo Jojo lebst du noch Jojo redet die ganze Zeit er lebt nicht mehr CyberBot lebst du noch ja Jojo ist doch glaub ich tot CyberBot Navo oder Jojo äh äh Leute ich hab grad ein Radio gefunden das war's nee achja ne Jens ja der hat ein Dings ja Jens war ich äh hä wer ist Jens Jens lol lol wer war der letzte ja ich das war auch klar doch CyberBot doch CyberBot CyberBot was hast du da warum hast du mich nicht abgeschossen ich hab die Leute verwirrt rumgelaufen sind es war doch klar was CyberBot ist der wollte nicht testen gehen ich hab ihn da sind einmal angekommen weil er nicht testen gehen wollte ja aber ich lass mir das generell irgendwie von Arsch als ich gesehen hab ich bin Tee wollte ich mir echt nen Dead Ringer kaufen ich bin so froh als ich es nicht getan hab weil ich es dann gemerkt hätte ich hab so gute Vorlagen gemacht ich hab so gute Vorlagen gemacht und da wär ich einfach im Dead Ringer gewesen ja ihr hätt ich geschlagen dann wärs im Dead Ringer gewesen ja eben achja ich wollte mir einen kaufen dann hab ich mal keinen gekauft ah no 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 hallo also ich geb euch nen Tipp belebte Weeper nicht wieder das ist nicht so gut ich weiß ja jetzt wie ich mich rauspeilen kann ja oder so ja ja da ist ein Fass ging halt nicht testen ging halt nicht testen ja ok können wir machen da mach ich es halt rot ähm das war mega gefährlich Echse achso hallo Snail Echse ähm du hättest ihn nicht beinah getroffen wie kann ich dich verhoffen ich hab dich nicht mehr gesehen Cyberbot ist auf jeden Fall Inno ja ich kann's bei dir auch gleich beweisen ist der grad aus Zock geflogen? äh ich hab nichts gemacht ich war bei Wander und ich sind Inno ich war bei Echse und Echse hat sich grad weggedreht ja Wander und ich sind Inno wir wollen mal nachgucken also Echse und ich waren es nicht äh ja und Cyber und äh Wander sind auch Inno nein ist das ein ähm Navroka hä nein Cyber was ist doch Inno Tiefst hab ich auf mich ja dann werden wir dann abgeknallt Entschuldigung Navro da fug wir sind wir sind beide geproofen Inno das ist wahr du hast auf mich geschossen ja wir sind auch hier geproofen Inno wir hatten keine Koste du kannst auch gerne mit testen Navroka wenn du willst aber Die können die doch auch noch mit testen wir können sie dann beschädigen dass du inno bist ja das wüsst ihr Craft ja eh schon äh da hat jemand die Baby runter geworfen vom Dach wo ist Baby runtergerufen vom Dach vom Linken Dach food doesn't notifications vom höheren dach ok warte wer ist jetzt alles fügen Cyber mek technicians Wannwoge warmba, ja wir haben sie jetzt getestet es sind beide Nauka ja auch Ja naô ich auch Aber ich glaub euch nicht unbedingt weil ich Wir können gerade testen Gehen wir doch zum Tester und du kannst zu gucken Ich weiß gerade nicht wo der Tester ist Ich kann es bei Wannwoge beweisen, ja das ich mir beweisen Kann mich jemand testen Was du bist du denn? Ich bin beim Tester Es ist Also Exo oder Flori Ja Flori ist gerade im Tester Na Ok, Navo. Flori ist auch genug. Flori ist auch genug. Flori hat Navo den Traitor-Tester gefakt. Flori ist genug. Dann ist Echse, oder? Hä? Wann war doch grad Navo gerufen? Habt ihr das nicht gehört? Kann man den Traitor-Tester irgendwie faken? Nein! Ey, Deete nicht zugucken. Deete! Flori, Wann wund ich den jeweils rufen. Der Deete muss tot sein, weil der Deete guckt mir grad zu. Was hast du auf den Hut mal in der dringend gehabt? Ja, der Hut ist grad in mir drin. Nicht Leute spectaten grad. Aber wann war hat Navo gerufen? An die Stimme aus dem Jenseits sagt bitte der Deete. Ich hab doch gesagt, wann war hat Navo gerufen. Also hier in die Sichtbank geht. Ok. Ja, Echse. Echse... Seht schlecht aus für dich. Mann! Nein! Fuck! Danke. Wenigstens einer kriegt sie. Ja. Alle sehen! Alle hinter mir! Du, du rumgesprungen so. Da, 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 links, rechts, links, rechts. Danke für den Disküße. Wie? Nochmal bitte den Detektiv nicht spectaten, sondern halt rumfliegen dann. Woher soll ich schon das wissen? Ja, deswegen sag ich's dir nochmal. Übrigens, Echse, ich war gar nicht im Tester. Ich hab den Traitor erschossen, deshalb gleich gucken. Achso, ja gut. Ich hab mitbekommen, dass du im Tester hast. Nein! Wir wollten sie noch mal, wir haben gesagt, wir gehen noch mal in Testen, sie kann zugucken, dass wir in Noten, weil du es nicht glauben wollte. Achso, ja gut. Wann war ich und Florian waren im Test und waren alle in Noten? Ach man, ich hätte die Leiche von Navo gestecken sollen am besten. Äh, ja, du wär' vielleicht genug gewesen. Wär aber trotzdem aufgefallen halt. Ich fand das halt nur so lustig. Ich dachte mir so, Echse sagt die ganze Zeit, Navo muss es sein. Da denkt man sich, hm, dann ist das bestimmt Echse. Wäre gut möglich, ne? Also könnte man sich fast vorstellen. Naja, ich hab ja nicht Navo, ich hab ein angerissenes Na gemacht. Ich hab ein angerissenes Na gemacht. Da ist noch ein Fass. Oh, da brennt's. Kann Maschinen mal Gehirnjogging ist da mal wieder? Okay. Okay. Das ist explodiert. Da hast du einen neuen Schaden gemacht. Aua. Entschuldigung. Aua. Aber guck mal, da kommen, da kommen grüne Wolken raus. Ich, äh, sterbe gleich. Die sehen voll episch aus. Guck mal. Oh Gott, wann war stirbt gleich? Nein. Hinter mir? Nee, er hat sich grad selbst umgebracht. Irgendwo ist einer gestorben hier an der Explosion. Ja, das ist, nein, Snae ist runtergesprungen. Hm. Der ist runtergesprungen. Er ist doch runtergesprungen. Guck doch nach, der hat Fallschaden tot. Aber hier kommen Giftfolgen raus. Hast du eine Gasgranate? Hast du da eine Gasgranate hingeworfen? Hä, nee, ich hab das Fass explodieren lassen und dadurch ist irgendwas kaputt gegangen. Aber ist das fast eine Traderfalle? Nee, ich hab da drauf geschossen. Wieso konnte ich's da nicht abschießen? Weil du vielleicht nicht getroffen hast? Weil ich hab volle Kanne mit einer Shotgun durch das Ding durchgeschossen. Wow. Ey, man kriegt ihr Damage, man kriegt ihr Damage. Wo kriegt man Damage? Ich glaube zu 99% des Narbo. Ich glaube auch zu Narbo. Das sind fast, ja. Fass giftige Dämpfer austreten ist nicht normal. Äh, warum? Ähm, das ist ein Giftfass. Da steht sogar für Danger und Nuklearzeichen. Das ist ein normales exklusives Fass gewesen, als ich da drauf geschossen hab. Kam da, äh, ist nix passiert. Dann hat nach wo irgendwas gemacht, da ist der Gift rausgekommen. Alle, alle stehen in einer Reihe und wollen alle hoch kurz. Dann Jujus. Ich werde, hier kam grad'n Schuss rüber. Ja. Warte, war mal unten. Exe ist es. Das ist ne Glock mit denen ich einen Schuss am Feuertag. Ne Glock. Neben mir wurde grad jemand gemästert. Ja, dann töte den, der den gemästert hat. Ja, hier ist er. Exe. Äh, Cyberboard meine ich. Sorry. Oh mein Gott. Fuck. Alter. Ja, und Exe steht da. Ich bin's nicht. Okay, jetzt Cyberboard finde ich, wenn du's willst. Ne, guck mal nachladen. Na wohl Cyberboard. Du bist der Einzige, der noch bläht hat. Oh Mann. Ja. Was hat das für ne Waffe? Eine MP5. Wie bin ich denn bitteschön verreckt? Ich war auf einmal Puffen tot. Aber Nabu schon geneift. Mann, ich wollte das Messer werfen und guck dann drück versehen nicht rechte Maustaste. Dann will ich ihn abstechen und drück versehen nicht rechte Maustaste. Könnte wohl nicht wahr sein. Oh Mann. Ach, das war bei mir nur ein Versehen oder wie? Nein, Nabu hat's nicht gemästert. Hä, nicht du? Ne, ich wollte Jujo messern. Hä, ich hab Nabu gar nicht gesehen. Ich hab Florin in der ersten Runde gemästert. Ich bin hinter dir über das Dings geklettert und dann von hinten an die Wand. Aber ist das ne Traderfalle gewesen mit dem, dass man beim Tester stirbt? Tito. Na, wo ist ne Traderfalle von dir, oder? Das passt ja. Ah, okay. Weil das hat man ja nicht gesehen. Okay. Man kriegt mit dem Schaden der Double Barret ja nicht mal... Ach, dann stirbt man im Tester und das das unten kaputt macht. Ja ne, man stirbt in dem Raum. So, du bist jetzt auch random Leute an. Lol. Nein. Da hat jemand geschossen. Nein, er hat gerade Snae angeschossen. Äh, Snae ist fast tot. Ja, deswegen. Snae möchte ich so ein Erz. Jemand ist tot an einer Traitorfalle gestorben gerade. Ja. Ein Traitor. Hat's mir nicht damit selbst umgebracht? Er hat's wieder selbst so gejagt, ey. Klar, da hier ist gerade irgendwo ne Leiche. Achso, warte. Ich muss hier irgendwo ne Leiche gehen. Ich muss hier irgendwo ne Leiche gehen. Ich muss hier irgendwo ne Leiche gehen. Ich muss hier immer wieder gebacken hier. Aber jemand ist... Der Täter ist tot. Achso. Das ist ungünstig. Ey, was hat... Was hat er hier für ne Waffen in der Schott? Ähm... Okay, der die Mr. Wan war. Wer... Wer hat den... Den Asken? Ich hab ihn. Ah nein, er ist... Ach, Reaper. Mein, Sir. Mein, Sir. Hey, ich hab'n angeschossen! Ja, Exe. Neben mir den Navo umbringen hilft nicht recht, ne? Wo warst du denn? Ich dachte, Cyber wäre der Zweite. Ja, der hinterher! Sag mal, du warst du denn? Du warst doch gar nicht mehr in der Ecke. Doch! Ich bin rausgelaufen, dann rechts und stand hinterher. Da sagt Navo, du und Navo seid die einzigen in der Ecke. Weil du stirbt Navo. Ach Mist. Äh, die Logik. Exe. Ah, schade. Ja, aber ich... Weil... Was? Ich wollte dich noch von deinen ehlenden lösen noch. Ich war... Ich war keine 15 Meter weg. Nicht mal... Nicht mal 10 Meter. Ich war nur in die Ecke gelaufen und hinterm feiner Weg standen. Ja. Ich kann mir warten, dass du jetzt aus der Richtung kommst und ich dich dann erschießen kann. Ja. Wenn ich die 13 Meter bin, schaust, denk mir so... Hey, das was du gemacht, das war ein Selbstmordattentat. War da auf mich. Warum ist das schwer? Was? Was? Er ist sprachlos. Er ist sprachlos. Ich muss dich mit Jens ansprechen. Dete... Was? Wenn ich sterbe... Wer ist es dann? Ja, was ist er jetzt vor dem Schlag? Äh... Kamikata. Der neue Gag-Runner. Wer ist Jens? Wie ist das denn? Wo ist denn das Fass hin? Kamikata? Hä? Ich war bei Yoyo. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Der hat mir 66 Damage gemacht. Das ist ne Traitor-Falle, Yoyo. Ey, warte, 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 wearte, warte, warte. ja weil du musst sonst gebe ich dir einen Hitschup ich bin auf dem Weg zum Tester ich glaube er ist da ich fühl mich sicher da ist Cyberbot sobald er rauskommt schieße ich ihn ab die Runde 94 egal was du da machst ich bring ihn ab was denn der ist im Traitor Raum aktiviert hier der ist im Traitor Raum also Florian und Exe was für ein Traitor Raum ich hab dich in Traitor Raum reingeportet und jetzt bin ich wieder rausgekommen ich hab noch 13 Abwehr und Reapers im Traitor Raum ich hab ihn abgeballert aber lol da oben sterben Menschen bei mir war er kurz confirmed dead deswegen aber der ist irgendwie auf so ner Treppe im Traitor Raum Hi Flori was Flori und Reaper ja Flori und Flori ich hab nichts gemacht du bist tot ich hab noch 13 AP Zerabot kannst du mich heilen das ging zu einfach der ist noch da warte mal ich hab keine Credits Reapers im Deadwinger irgendwo ja das kann ich nicht NEIN DOCH mach nur links Flori Scheiße 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 Gott sei Dank Gott sei Dank Danke im Reaper Wie bist du so schnell dahinter gekommen? Ja Ja hat er Damit kein Sag mal Reapar wie bist du so schnell dahinter gekommen? Bitte was? Wie bist du schnell dahinter gekommen? Wieder dahinter gekommen? Du scha-t-t. Wo warst du? Wo warst du? Ich bin direkt vor mir. Den Denbringer. Äh... Kein Plan. Ich bin durch den Porter. Ich bin rein in den Room und war drinnen halt. Hätte ja auch jemand anders sein können, deswegen war ich etwas verwirrt am Anfang. Jetzt direkt schießen sollen. Ich geh wieder testen. Wenn ich wieder mit Mech die runter hab. Oh, dann ist doch ein Traitorblist, gell. Wolltest du mich mit in den Room holen? Okay, ich bin deeter jeder, der sich testen, weil der stirbt. CyberBot, willst du jetzt testen? Wolltest du mich mit in den Trader Room holen mit Absicht? Ich hatte eigentlich vor, dich da rein zu lassen, ja? Bleib mal hier durch. Äh, CyberBot, willst du mich testen? Ich hab Jensophobie, der steht beim Tester. Jensophobie? Jensophobie! Der steht vom Tester, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Das ist, das ist der große Bruder von... Jens, zwei, drei, vier. Äh. Oh, ne es ist ein Motor, keine Leiche. Feuer mal geh! Der ist gerade der Tester. Was? Der Tester. Ich geh testen bin. Wohohohohoho. Alter. Wohoh nein Jens. Nein. Feuer mal geh. Haha, grün. Aber hier draußen. Boot brennts. Ich geh nicht raus. Ja, hier brennts. Ja, hier brennts. Na ja, ich bin gekommen um auch zu... Äh hast du mir die Identität gerade geklaut? Der Dritte brennt gerade in uns ab. Huhn... Jens! Waaah! Warte mal! Du willst n Huhn werfen mehr ab Huhn da rein, Papa! Kauf den Huhn! Nee, ich kann mir keinen Huhn kaufen! Okay, jetzt ist er auch tot! Der Dede ist auch tot! Ich sterbe! Komm mal, wir testen, jetzt das Feuer weg ist! Ey, da läuft gerade jemand lang! Ja, da läuft noch jemand lang! Nao! 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 Ich glaube, man kriegt Schaden, wenn man... Professionell von Nabu gelöscht! Ich habe professionell gelöscht! Ja! Professionell! Ganz professionell habe ich gelöscht! Alter, wie lange brennt denn das? Das ist Feuer magick! Ewig! Feuer magick! Feuer magick! Das ist magick! Oh, das fällt auseinander hier! Geh mal data confirm! Okay! Es bröselt! Nimm Schaden! Nimm Schaden! Nimm Schaden! Nimm Schaden! Das ist halt so ein typischer... Trabi! Oh, der Scheiße! Ja, sag ich doch, hier ist Gift! Das bröselt! Ich steh so drin! Ich hab 43 Light noch! Ja! Ich krieg in ewiger Entfernung noch über 2 Schaden! Ja, so... Ja, das ist nicht gut! Äh... Reaper und Snail sind tot! Wir können Reaper nicht confirm! Soviel zum Thema... Äh... Wir lassen uns auch confirm im Twitter... Tester! Oh shit! Oh shit! Achem! Daaahlaala! Hast du ihn wo gesehen? Nö. Toll. Nö, ich such den auch gerade. War da. Wo? Äh, hinten unten irgendwo. Hinten und unten, ach toll. Jaja, das hilft dir voll weiter, ne? Ja, total. Äh, ich weiß, wo du bist, Jojo. Ich glaube, du hast dich dahinter gebackt, oder? Er hat sich hinter den Zaun gebackt. Ja, ist genau da, wo ich die letzte Runde, oder anfangs. Nö, ich bin noch ein Stück weiter, besser positioniert. Ne, ne, ich war am Anfang auch an der Stelle. Äh, alter Jojo. Was denn? Muss ich jetzt auch außerhalb dem Map backen? Darf ich nicht? Nein. Aua. Oh mein Gott. Mann, oh. Na, im Ernst. Wo ist denn der jetzt? Das ist jetzt gemein. So, Reaper wollte mich sogar gerade teleportieren in der Sekunde, deswegen habe ich den ersten Schuss gefällt. Alter. Und hat der eine Sniper, oder? Das ist der Sniper, oder? Sag mal, Sniper Bot, hattest du ein Kilo-Kick-Device? BAM! Nein, ich hatte noch mehr Pump Deck schon, warum? Bei mir war es unsichtbar. Ich bin ja lang, plötzlich bin ich tot. Ich bin hinter dir. Hä? Ich war hinter dir direkt. Ich bin halt hinter dir gelaufen. Ach, du warst hinter mir eine Schusskammer von vorne bei mir. Ich war hinter mir. Ich war hinter mir. Ich war hinter mir. Schusskammer mir von vorne. Ich war hinter mir. Schon auf die Idee gekommen. Vor Ausgang, dass da jemand vor mir stand. Hey. Vielleicht sind die Kugeln durch deine Wohlkehren. Es ist nicht wahr. Mano. Ich finde, der Kassel, wenn man sich außerhalb der Map hinstellt. Schluss als letzter. Ich hab da gerade Munition hingetroppt, weil ich die Shotgun haben wollte. Und dann hast du meine Munition gleich mit eingesammelt. Ich bin behindert, wenn du nicht außerhalb der Map hinstellt. Ganz ehrlich. Der ist da. Der Flory. Ah, der Snake. Oh, ein Engel. Oh, das Fass. Warte, warte, warte. Das böse Fass muss in Luft gejagt werden. Bist du jetzt daran gestorben, Navo? Nein. Hey, Navo hüpft hier doch hoch gerade. Da liegt doch noch Shotgun-Position. Hier geht doch einfach um die Ecke. Nein, ich will den Feuerlöscher haben. Ich bin ein Stricker. Aber ich hab einen gefunden. Ich schricke jetzt mit meiner Stricker. Stricker? Du strickst jetzt was und strickst du mit einem Schal? Ja, ich strick mir einen Schal. Mit meiner Stricker. Ja, viel Spaß. Für wem? Für wem? Wenn das irgendwie brennt, dann bin ich die Feuerwehr. Wem ich stricke. Wow. Hier explodiert's. Hey, wer ist der? Der Snake. Snake, wollen Sie einen Schal haben? Oh, hier brennt was. Ja. Ich hab ein Feuer gefunden. Okay, was heißt der? Ähm, ja. Ich will einen Schal haben, das. In Regenbogenfarm. Rainbow. Schal. Oh Gott. Ein Jojo. Ein Jojo. Alter. Er wirft ein Jojo. Nein. Nein. Ey, hier war ich ja noch gar nicht. Er wirft ein Jojo. Nein. Er ist da hinten. Er wirft ein Jojo. Hallo Lavo. Warte mal, ich muss doch ganz kurz meinen Kommentar dazu abgeben. Hi. Ich bin die Feuerwehr. Aua. Echse, Echse. Als Klang nach. Echse hat sich als Reaper getarnt. Ich bin nicht Reaper, nein. Echse hat sich als Reaper getarnt und Naruto und Reaper umgebracht. Au. Also, wenn ihr Reaper seht, abknallt. Ich seh' nicht. Wenn ihr Reaper seht, abknallt, hab ich gesagt. Oder wenn ihr Reaper, Navorko oder Echse sieht, abknallt. Die sind confirmed dead. Hey Mr.Bandwander? Ah, Moment mal! Natürlich, man kann nicht mal mehr geradeaus laufen in den Dreckspielen. Ja, Wander muss auch den Skin nachmachen. Das Skin wird doch nachgemacht, oder nicht? Nein. Eben doch. Äh, nein. Nicht immer. In der vorherigen Runde doch, ist mancher verpackt. Haha. Jojo, lebst noch? Jojo. 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 Jojo.